Frank, du bist ja Steuerberater und hast ja schon einiges erlebt. Wir haben jetzt noch ein paar richtig tolle Hausboote, 300.000, 500.000, die haben sogar eins für 2,9 Millionen im Verkauf. Jetzt erzähle ich als Makler natürlich den Kaufmann immer, das ist eine super Abschreibungsgeschichte. Du kannst das als Bankasse über 8 bis 12 Jahre abschreiben. Ich bin natürlich kein Steuerberater, frage ich dich jetzt natürlich. Das ist also ein tolles Abschreibungsmodell. Es gibt ja auch professionelle Hausbootverkäufer, die das sogar in ihren Prospekten drin haben. Was muss ich denn als Käufer dort beachten? Also das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, stellt sich nicht nur bei Hausbooten, sondern genauso bei diesen Tiny-Häusern ist halt die Argumentation, es ist nicht fest mit dem Boden verbunden und deswegen ist es kein Gebäude. Und es gibt jetzt aber schon erste Finanzverwaltungen, die sagen, ich kann es aber wie zum Wohnen nutzen und wollen es genauso wie ein Gebäude abschreiben. Das heißt, es kann passieren, dass man quasi mit dem Verkaufsargument gelockt wird. Du kannst die Kosten über 8 bis 12 Jahre geltend machen und am Ende sitze ich halt da und muss ich über 50 Jahre abschreiben. Deswegen, da dieses Thema Hausboot gerade mehr und mehr im Kommen ist, würde ich da sehr stark aufpassen, weil wenn ich drin wohnen kann, sprechen aus meiner Sicht gute Argumente dafür, das nicht nur über 8 bis 12 Jahre abzuschreiben. Okay, das heißt also, das ist momentan offener Punkt. Man kann es nicht garantieren als Verkäufer, dass das funktioniert. Ist es eine Einzelfallentscheidung oder hast du schon Themen gehabt? Also wir haben tatsächlich erste Mandanten, die solche Projekte gemacht haben, wo wir aber noch nicht die finalen Bescheide haben. Deswegen, mich interessiert es selber sehr, dieses Thema. Dasselbe Thema stellt sich halt so bei, da sind es oft nicht ganz so große Beträge, aber Tiny-Häuser sind genau dasselbe Thema, weil die auch nicht fest mit dem Grund verbunden sind, weil ich die am Ende auf den Hänger packen kann und damit wegfahren kann. Und da gibt es ja auch sämtliche Preisklassen. Und da ist genau dieselbe Frage, ist das dann eine Betriebsvorrichtung, die ich vielleicht über 10 Jahre nur abschreibe oder 15 Jahre oder muss ich das wie ein Gebäude über 50 Jahre abschreiben? Okay, super. Ja, das wäre nochmal ein spannendes Thema. Also wie gesagt, wir fragen uns immer wieder Kunden, Hausboote. Bis jetzt haben wir das immer so erzählt, hat auch immer so funktioniert. Es gibt noch was anderes, aber gut, dass du sagst, dass man da aufpassen muss. Es gibt ja noch was anderes, das ist die Mehrwertsteuer. Wir haben ja bei Hausbooten 19% Mehrwertsteuer. 19% sind es noch, ja, 19%. Und ich glaube bei Tiny-Häusern auch, glaube ich auch 19%. Was muss man denn da beachten, gerade auch, wenn man vermieten möchte? Also die Frage ist halt immer, wenn ich etwas kaufe mit Vorsteuerabzug, also wenn jemand mir Umsatzsteuer ausweist und ich mir die Umsatzsteuer Geld machen will, heißt das Vorsteuerabzug. Wenn ich mir etwas kaufen will mit Vorsteuerabzug und ich dann an jemanden vermiete, der, was ich nicht umsatzsteuerpflichtig vermieten kann, dann habe ich halt immer das Problem, dass ich im Zweifel diesen Vorsteuerabzug zurückzahlen muss ans Finanzamt. Das heißt, klassischerweise ist die Vermietung immer umsatzsteuerfrei, an Privatpersonen sowieso. Und ich kann nur an, ich sage jetzt mal, normale Unternehmer umsatzsteuerpflichtig vermieten. Ein normaler Unternehmer ist jemand, der selber Umsatzsteuer ausweist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Arzt vermiete, der nur Heilbehandlungen macht, der ist umsatzsteuerbefreit. Und wenn ich an den umsatzsteuerpflichtig kann ich nicht vermieten, also muss ich im Zweifel die Vorsteuer korrigieren. Oder auch ganz beliebt Finanzierungsvermittler oder Banken oder Kindertagesstätten oder gemeinnützige Organisationen. Da kann ich immer Probleme bekommen, wenn ich dann quasi umsatzsteuerfrei vermieten muss, weil die quasi umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen. Okay, super. Hast du da Lösungen für die Verkäufer, wenn sie solche Hausboote oder Immobilien, Immobilien in Anführungszeichen, verkaufen? Sollte man das vielleicht in die Gesellschaft packen, die Gesellschaft verkaufen, die das Hausboot besitzt? Ist das ein Weg oder bist du da nicht so ein Fan von? Ja, das ist eine Möglichkeit natürlich, dass man das in die Gesellschaft packt, um es da quasi abzuladen, was bei der umsatzsteuerpflichtigen Vermietung oder gerade, das ist ja auch bei Neuanschaffungen immer das Problem, dass ich den Vorsteuerabzug aus der Anschaffung irgendwie gelten machen will. Und da kann man halt drüber nachdenken, es gibt halt so gewisse Berichtigungszeiträume, die laufen halt nach zehn Jahren ab in der Regel bei Immobilien, dass man halt in den ersten zehn Jahren nach Anschaffung halt guckt, dass man halt an jemanden vermietet, der halt umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze erbringt und danach nach zehn Jahren halt dann wechselt zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt ja bei uns auch das Thema V&V-Gesellschaften, also Vermögensverwaltungsgesellschaften. Willst du, weil ich werde immer wieder darauf angesprochen von vielen Käufern, willst du vielleicht ein paar Wörter dazu sagen? Also bei vermögensverwaltenden Gesellschaften ist halt immer ganz wichtig, dass man sich halt anguckt. Ganz viele sehen halt nur die reine Steuersatzänderung. Die sagen halt, okay, eine V&V-Gesellschaft, die nur Vermietung macht, hat nur 16 Prozent Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer in der Regel befreit. Und dann vergleichen die das mit ihrem privaten Steuersatz und sagen, oh, da spare ich ja 20, 30 Prozent. Das ist aber am Ende nur die Hälfte der Wahrheit, weil so eine GmbH natürlich immer weitere Kosten produziert. Ich habe halt Kosten für die Bilanzerstellung, ich habe Kosten für die Gründung, ich habe Kosten dafür, dass die ganze Verwaltung schwieriger ist. Also wenn es mein persönliches Eigentum ist, dann kann ich damit relativ schnell was machen. Wenn es eine Kapitalgesellschaft gehört, dann ist es eine fremde juristische Person. Das heißt, immer wenn ich was mit der mache, brauche ich Verträge dafür. Also es ist, ich habe einen höheren Formalismus, den ich erfüllen muss. Und das macht es natürlich ein bisschen komplizierter. Und deswegen ist halt wichtig, aus meiner Sicht, dass man sich halt fragt, bei so einer V&V-Gesellschaft, was habe ich vor? Habe ich vor, mehrere Immobilien zu besitzen, die eher Renditeobjekte sind, wo ich aber nicht mit so einer großen Wertsteigerung rechne? Da macht eine V&V-Gesellschaft total Sinn. Was aus meiner Sicht keinen Sinn macht, ist erst ein Privatvermögen zu kaufen und dann es in eine V&V-Gesellschaft zu übertragen, weil das Grunderwerbsteuer in der Regel nochmal auslöst und es dann nicht mehr so viel Spaß macht. Okay, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.